Ich setze mich auf die Couch. Ich schalte den Fernseher an. Ich schaue Fernsehen. Ich bin müde. Ich schalte den Fernseher auf und stehe wieder auf. Lerne Deutsch! Im, am, um. Im Januar. Im Mai. Im Dezember. Im Frühjahr. Im Sommer. Am Dienstag. Am Donnerstag. Am Wochenende. Am Morgen. Am Abend. Um 10 Uhr. Um 15 Uhr. Um 20 Uhr. Das sind Walnüsse. Das sind Mandeln. Das sind Erdnüsse. Das sind Haselnüsse. Das sind Pistazien. Niesen. 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 Husten. 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 Husten Karaffe. Das ist ein Glas. Das ist eine Teekanne. Das ist eine Tasse. Ich komme zur Arbeit. Ich lege meine Sachen ab. Ich mache mir einen Kaffee. Ich fahre den Computer hoch. Ich drücke die Dokumente aus. Mir ist sehr heiß. Mir ist kalt. Guten Morgen, Anna. Kannst du mir mit diesen Dokumenten helfen? Ach, hallo Lisa. Es regnet. Gestern Abend habe ich aber im Internet gelesen, dass heute die Sonne scheint. Deshalb habe ich keinen Regenschirm mitgenommen. Wirklich? Also ich habe heute Morgen gelesen, dass es die ganze Woche regnet. Am Mittwoch gibt es auch ein Gewitter mit Wind und Sturm. Ich wäre jetzt lieber in meinem Heimatland. Wie ist denn das Wetter in deinem Heimatland jetzt? Bei uns ist das Wetter jetzt super. Es ist warm, aber nicht heiß. Und die Sonne scheint immer noch oft. Nur manchmal gibt es Regen. Schneit es bei euch eigentlich? Nein, Schnee gibt es bei uns nie. Ich habe zum ersten Mal Schnee gesehen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und besuchst du deine Familie an Weihnachten? Ja, zum Glück. Ich muss nur noch zwei Wochen arbeiten und dann fliege ich nach Hause. Wie schön. Aber sag mal, möchtest du nicht nach Hause gehen und etwas Trockenes anziehen? Nein, ich habe um neun Uhr ein wichtiges Meeting. Das ist in einer halben Stunde. Das schaffe ich nicht. Ist schon okay. Wie sagen die Deutschen? Ich bin ja nicht aus Zucker. Ich bekomme dir einen Moment. Ich akzeptiere dich. Ich beziehe darauf. Ich Adäuregue ich. Ich schätze es. Ich verbeheber dich. Ich lehne ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017